moin ich will mich ganz zu knapp halten also die Bohne ist auf jeden fall rausgekommen und so sieht das aus hier nach zwei tagen ist sie schon gekeimt aber ich habe jetzt das video erst veröffentlicht also ich mache jetzt erst ein video weil man konnte davor überhaupt fast gar nichts sehen also so ein kleiner krater von der erde und deshalb mache ich dieses video heute weil heute sieht man auf jeden fall viel mehr und falls du lust hast die Bohne weiter zu betrachten beobachten dann bleibt dran ich werde immer ein update geben eine woche später wirst du dann halt eine große veränderung sehen oder da beginnen wir schon irgendwie mit den umtropfen oder so was dazwischen so ja wir werden sehen ob auch der chili und der spinat mal irgendwann mal rauskommt das kann noch dauern achja und die Bohne man sieht das ja dass es ein bisschen trockener ist noch mal gut wasser geben dann sage ich mal bis in einer woche und wir schauen uns an wie die Bohne dann aussehen wird happy growing